Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Allianz-Generalvertretung Herbert Siegert. Mein Name ist Armin Tschkotz, ich bin angestellter Kundenbereiter beim Herrn Siegert und in der heutigen Episode möchte ich euch einfach mal ein paar Updates zu unserer Website geben und was ihr da alles Schönes drauf finden könnt. Was? Ihr kennt unsere Webseite noch gar nicht? Nun dann gleich mal raus mit Stift und Papier und aufschreiben www.allianz-siegert.de Denn unsere Website ist wirklich gut aufgebaut, gibt euch einen schönen Einblick, wer alles zu unserem Team gehört, wie wir so aufgestellt sind und welche Produkte wir anbieten, in welchen Lebenslagen wir euch helfen können, aber auch welche Kontaktmöglichkeiten es gibt, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Die erste Sache, die ich euch heute ein bisschen genauer vorstellen möchte, ist unser Schatzbrief. Den bewerben wir nämlich auch ganz zentral auf unserer Webseite zurzeit. Was ist der Schatzbrief? Nun, der Schatzbrief ist unsere Art, heutzutage flexibel und rentabel Geld anzulegen. Klicke einfach mal auf den Link in unserem Post und berechne dir deinen ganz persönlichen Schatzbrief nach deinen Wünschen, je nachdem, wie viel Geld du zur Verfügung hast, wie lange das Geld für dich arbeiten soll und so weiter und so fort. Kleiner Hinweis am Rande, jeder Link, den ich in diesem Video erwähne, findest du auch unter dem Video in der Infobox natürlich verlinkt. Und auf der Seite Schatzbrief kannst du dich dann noch weiter darüber informieren, wenn du sagst, ja, das gefällt mir, da würde ich gern mehr davon wissen. Soll heißen, Informationen findest du dort, wie funktioniert das Produkt, wie flexibel bist du bei Zuzahlungen, aber auch bei Entnahmen, wie kannst du den Schatzbrief deinem Leben anpassen und wenn die ganzen Infos dir gefallen, kannst du darüber auch den Kontakt zu uns herstellen und dir ein individuelles Angebot zuschicken lassen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das viele Leute derzeit auch in unserem Kundenkreis interessiert, weil halt die Frage im Raum steht, ich habe vielleicht Geld auf der Seite, aber was soll ich heutzutage damit überhaupt noch anstellen, denn auf der Bank gibt es ja praktisch keine Zinsen mehr. Und für alle, die gerne etwas tiefer in die Materie einsteigen, haben wir hier noch einen zweiten Rechner online geschalten, der sich mit der Frage beschäftigt, nun ja, aber wie soll man heutzutage eigentlich überhaupt noch Rendite erwirtschaften? Stichwort Risiko. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass es ohne Risiko praktisch keine Zinsen, keine Zinserträge mehr gibt, aber welches Risiko kann ich mir denn eigentlich erlauben? Mit unserem Rechner kannst du einfach mal austesten, welches Risiko zu dir passen könnte, wenn du sagst, ich möchte mindestens 180 oder 60% meines Geldes beim Ablauf wieder garantiert zur Verfügung haben. Ich bin bereit, diese oder jene Schwankungen zu akzeptieren, solange der Weg letztendlich zu einem Ziel führt, das mir gefällt. Und hier unten auf dem Button kannst du dich dann noch weiter informieren, wenn du dich fragst, wie Altersvorsorge bzw. Vermögensaufbau heutzutage bei der Allianz, also bei Deutschlands größter Versicherung, funktionieren kann und funktioniert. Und dabei will ich es auch für heute schon belassen. Klick dich einfach mal ein bisschen durch unsere Webseite, lern unser Team kennen, schau dir an, was für Produkte wir anbieten und wenn du irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, nichts wie raus damit, nehme gerne Kontakt zu uns auf. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du unser kleines YouTube-Projekt hier unterstützt und dem Kanal ein Abo dalässt, dem Video gerne einen Daumen nach oben gibst, denn es sollen noch viele weitere, hoffentlich interessante Videos kommen, wo wir euch über Versicherungs- und Vorsorgethemen informieren. Für heute war es das jedoch. Wir wünschen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dein Team von der Allianz Generalvertretung, Herbert Siegert. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020